Ja, das Spiel ist leider ein bisschen unglücklich verlaufen für uns. Wir waren lange Zeit 1-0 in Führung, kriegen eben zum Ende hin ein 1-1. Wir können damit leben, wollen aber zum nächsten Spiel dann nochmal neu angreifen und versuchen da die drei Punkte mitzunehmen. Heute haben wir das Spiel Concordia gegen Sasel gesehen. Das erste Punktspiel. Wir wollen natürlich hier grundsätzlich gewinnen. Wir hatten die Probleme mit dem Platz zuerst, ein bisschen Platzgewöhnung. Es war nicht ganz einfach für uns. Dann gingen wir in Rückstand. Wir hatten mal eine tolle Moral und haben praktisch bis zum Schlusspfiff um diesen Sieg dann gefeitet, wo wir dann kurz vor Schluss dann wenigstens den Ausgleich gemacht haben. Wir hatten auch die eine oder andere Chance, sodass alles möglich gewesen wäre. Insgesamt bin ich vor allen Dingen mit der zweiten Halbzeit sehr zufrieden, wo wir auch spielerische Momente hatten auf diesem schwierigen Platz. Insofern bin ich für das erste Spiel sehr zufrieden.